Schau mal, so ein schönes Sagen. Ja. Grüezi mit draus. Grüezi. Ja, da sind wirklich schöne Sachen hier. Oh ja, und wie. Ich habe noch nie etwas gefunden, aber vielleicht. Oh, hier ein schönes Folie. Ja, aber nicht so teuer. Ja, aber das kann ich trotzdem nicht kaufen. Wir haben eine Reise gebucht, meine Frau und ich. Äh, meine Reise. Darf ich fragen, wohin? Ja, selbstverständlich in die Karibik. Aha. Wow, sehr schön. Ja, jetzt muss ich einfach mal meine Frau noch mit dazu sagen, dass sie wieder mit mir ins Grand Casino kam. Ins Grand Casino? Ja, in Basler. Wir sind schon mal gewesen dort und wir haben ein klein bisschen gewonnen. Und meinen Sie, dass Sie wiedergekommen? Ja, man muss positiv denken. Und dann, ja, das habe ich gelernt mit meiner Frau zusammen. Na dann. Ja. Wünsche ich in dem Fall viel Glück. Ja, danke schön. Und dass ihr das Skolik kaufen könnt. Ja, ich hoffe, dass es dann noch da ist. Wenn ich in allen Führungsstrichen etwas gewinne. Ja. Ja, aber eben, positiv denke ich. Ja. So, ich glaube, ich muss noch ein wenig weiter. Ich wünsche euch in dem Fall einen schönen Tag. Danke. Danke. Und macht's gut. Gute Gesundheit. Schöne Bier. Dankeschön. Danke, Schöne Bier. b Jungs Fear Jesus. Danke. Danke. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020